Elternzeit – die Auszeit von der Arbeit für Eltern. Aber wie lange gibt es eigentlich Elternzeit und wer hat überhaupt Anspruch darauf? Dies und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Hi, ich bin Yvonne, Elterngeld-Expertin und Steuerfachwirtin bei elterngeld.de. Was ist Elternzeit? Der Gesetzgeber versteht unter Elternzeit eine Auszeit vom Berufsleben für Eltern, die ihr Kind selbst betreuen und auch erziehen. Dabei ist eine Unterstützung natürlich von Großeltern, einem Au-pair oder auch einer Tagesmutter möglich. Ihr könnt als Arbeitnehmer diese Auszeit von eurem Arbeitgeber verlangen und zwar sind das bis zu drei Jahre, also 36 Monate, je Kind und je Elternteil. Wenn ihr jetzt in der Elternzeit nicht arbeitet, dann bekommt ihr auch kein Gehalt. Als Ersatz dafür könnt ihr aber das Elterngeld beantragen. Voraussetzungen für die Elternzeit. Ihr seid Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer und dabei zählt auch jedes Arbeitsverhältnis, also ein Teilzeitarbeitsverhältnis genauso wie ein befristeter Vertrag, ein Minijob oder wenn ihr in einem Ausbildungsverhältnis steht. Wichtig ist, dass dieser Arbeitsvertrag nach deutschem Recht geschlossen wurde. Es spielt dabei keine Rolle, ob ihr in Deutschland lebt für die Elternzeit. Die weiteren Voraussetzungen sind, ihr betreut und erzieht euer Kind selbst, ihr lebt mit eurem Kind in einem gemeinsamen Haushalt und ihr seid entweder nicht oder maximal 32 Stunden pro Woche erwerbstätig. Wenn ihr Richter, Soldat oder Beamte seid, dann gibt es noch einmal spezielle Regelungen zur Elternzeit. Sprecht hier bitte euren Dienstherrn einmal an. Wer bekommt Elternzeit? Elternzeit gibt es für das leibliche Kind und auch das leibliche Kind der Ehefrau bzw. des Ehemannes und natürlich auch der Lebenspartnerin bzw. des Lebenspartners. Ebenfalls Elternzeit gibt es für Pflegekinder in Vollzeitpflege und auch für Adoptivkinder und das gilt auch, wenn das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Wenn ihr nun Elternzeit beantragt für ein Kind, wo ihr nicht sorgeberechtigt seid, dann braucht ihr einmal die Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils. Wie lange dürft ihr Elternzeit nehmen? Es gibt keine Mindestdauer bei der Elternzeit. Ihr könnt also einzelne Monate, Wochen oder auch Tage nehmen. Insgesamt steht euch ein Zeitkontingent sozusagen von drei Jahren zur Verfügung. Das sind 36 Monate und davon dürft ihr 24 Monate aufsparen für die Zeit zwischen dem dritten und dem achten Geburtstag. Der Gesetzgeber sieht maximal drei Zeitabschnitte vor. Wenn euer Arbeitgeber einverstanden ist, könnt ihr aber auch mehr Abschnitte nehmen. Behaltet aber unbedingt im Hinterkopf, wenn ihr einmal den Job wechselt, ist der neue Arbeitgeber an diese Sonderabsprache nicht gebunden. Wichtig für die Mütter ist noch, dass die Mutterschutzfrist nach der Geburt bereits auf die 36 Monate Anspruch angerechnet wird. Wie beantragt ihr Elternzeit? Hier sind zwei Dinge besonders wichtig und zwar erstens der Antrag muss schriftlich eingereicht werden und zweitens ihr müsst bestimmte Fristen einhalten. Beginnen wir mit erstens, was meine ich mit schriftlich? Schriftlich heißt tatsächlich, ihr schreibt einen klassischen Brief und den sendet ihr dann nicht eingescannt per E-Mail oder gar als Fax, denn auf diese Weise gilt der Antrag nicht als rechtssicher gestellt. Ihr verfasst also einen Brief, in dem ihr reinschreibt, wann ihr eure Elternzeit beginnen möchtet und wie lange diese dauern soll und dann gebt ihr diesen Brief persönlich ab und lasst euch am besten den Eingang dort auf einer Kopie bestätigen oder wenn ihr nicht persönlich abgeben möchtet, dann sendet ihr ein Einschreiben. Nur auf diese Weise bekommt ihr den Zugangsnachweis beim Arbeitgeber und der kann im Streitfall einmal sehr wichtig sein. Kommen wir zu den Fristen und zwar vor dem dritten Geburtstag müsst ihr euren Antrag spätestens sieben Wochen vorher einreichen beim Arbeitgeber und ab dem dritten Geburtstag müsst ihr den Antrag spätestens 13 Wochen vor dem gewünschten Beginn einreichen und dann gibt es natürlich noch eine Ausnahme und zwar für die Zeit vor dem dritten Geburtstag. Wenn ihr sechs Wochen vor dem dritten Geburtstag eurer Elternzeit beginnen möchtet, dann gilt auch schon die längere Frist von 13 Wochen. Arbeiten während der Elternzeit. Wenn ihr mögt, dürft ihr auch in eurer Elternzeit bis zu 32 Stunden in Teilzeit arbeiten, aber Achtung, wenn ihr auch noch gleichzeitig das Elterngeld bezieht, denn jeder Hinzuverdienst wird auf euer Elterngeld angerechnet und kann in der Folge zu einer Kürzung führen. Wenn ihr also gleichzeitig arbeiten und Elterngeld beziehen möchtet in Elternzeit, dann empfiehlt es sich das Elterngeld Plus zu wählen. Natürlich gibt es auch ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um überhaupt in Teilzeit arbeiten zu können und zwar müsst ihr länger als sechs Monate in dem Betrieb beschäftigt sein und der Betrieb hat mehr als 15 Beschäftigte. Weiterhin sollte euer Arbeitsplatz auch Teilzeit geeignet sein. Wenn diese Voraussetzungen auf euch jetzt nicht zu treffen, dann nicht gleich verzagen, sondern sprecht euren Arbeitgeber einmal an, denn viele Arbeitgeber sind wirklich froh, wenn sie nicht die komplette Elternzeit auf ihre Mitarbeiter verzichten müssen. Für den Antrag auf Teilzeitarbeit gelten die gleichen Antragsfristen wie auch schon bei der Elternzeit und zwar vor dem dritten Geburtstag sind das sieben Wochen vor dem gewünschten Beginn und ab dem dritten Geburtstag sind das 13 Wochen vor dem gewünschten Beginn. Auch hier gilt die Ausnahme mit den sechs Wochen vor dem dritten Geburtstag mit der längeren Frist von den 13 Wochen. Euer Arbeitgeber hat nach dem Einreichen eures Teilzeitantrags und es bezieht sich wirklich lediglich auf den Teilzeitantrag in diesem Fall vier Wochen Zeit zu widersprechen. Hört ihr in diesen vier Wochen nichts von eurem Arbeitgeber, gilt die Teilzeitarbeit als genehmigt. Kündigungsschutz in der Elternzeit. Beginnen wir einmal mit den Müttern und zwar ab Beginn der Schwangerschaft bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Geburt ist eine Kündigung bis auf wenige Ausnahmen unzulässig. Wenn ihr als Mutter direkt nach der Geburt Elternzeit nehmt, dann verlängert sich dieser Kündigungsschutz noch einmal um die Dauer der angemeldeten Elternzeit. Nach der Elternzeit seid ihr dann ganz regulär nach gesetzlichen Bestimmungen oder euren vertraglichen Regelungen kündbar. Ganz anders ist es bei den Vätern bzw. dem anderen Elternteil, denn der Kündigungsschutz beginnt hier erst eine Woche vor dem Fristablauf. Was bedeutet das genau? Also für die Zeit vor dem dritten Geburtstag müsst ihr eure Elternzeit ja spätestens sieben Wochen vor dem gewünschten Beginn beantragen. Eine Woche vorher beginnt jetzt euer Kündigungsschutz, das heißt vor dem dritten Geburtstag reicht ihr frühestens acht Wochen vorher vor dem gewünschten Beginn euren Elternzeitantrag ein. Bei den Zeiten ab dem dritten Geburtstag waren es ja 13 Wochen vor dem gewünschten Beginn spätestens, das heißt euer Kündigungsschutz beginnt frühestens 14 Wochen vor dem gewünschten Beginn. Was passiert in der Elternzeit, wenn noch ein Geschwisterkind kommt? Die laufende Elternzeit wird durch die neue Schwangerschaft nicht unterbrochen, aber als werdende Mama könnt ihr diese bestehende Elternzeit vorzeitig beenden und zwar zum Tag bevor der neue Mutterschutz beginnt. Das hat einen ganz wesentlichen Vorteil, denn auf diese Weise habt ihr wieder Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld. Das kann sich richtig lohnen und die noch verbleibende Zeit von eurer eigentlich länger geplanten Elternzeit könnt ihr einfach zu einem späteren Zeitpunkt nehmen. Wie geht es nach der Elternzeit weiter? Am Tag nach der Elternzeit lebt euer ursprünglicher Arbeitsvertrag wieder auf. Das heißt, wenn ihr vor der Geburt bzw. vor der Elternzeit in Vollzeit tätig wart, so bleibt das auch jetzt nach der Elternzeit so. Einen Anspruch auf euren alten Arbeitsplatz habt ihr dagegen nicht, euer neuer Arbeitsplatz muss aber gleichwertig sein. Es ist auch möglich, dass ihr an einem anderen Arbeitsort nach der Elternzeit eingesetzt werdet, werft hier am besten einmal einen Blick in euren Arbeitsvertrag, was dazu geregelt ist. Apropos Arbeitsvertrag, auch vor der Elternzeit, vor dem Beginn der Elternzeit, schadet es nicht dort einmal einen Blick hinein zu werfen und solche Dinge wie die Berufsbezeichnung und auch das Gehalt einmal zu checken, ob das noch aktuell ist. Falls nicht, fordert unbedingt eine Vertragsergänzung oder eine Vertragsanpassung an. So vermeidet ihr Unstimmigkeiten nach dem Ende der Elternzeit. Mehr Tipps und Tricks zum Thema Elternzeit und auch Elterngeld gibt es in unserem Elterngeld-Videokurs. Ihr erfahrt, wie ihr die häufigsten Fehler vermeidet und wie ihr euer Elterngeld optimieren könnt. Den Link zum Kurs findet ihr hier direkt neben mir und auch unten in der Infobox. Ich sage bis bald, alles Gute, eure Yvonne von elterngeld.de